Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Badwurst mit dem Markus. Hallo. Hinter dir, da im Wasser. Was? Auf der Map Village. Weite, weite Mitte. Also, weit. Wie viele Steine hast du denn? 30. Okay, du hast gar keine mehr. Wieso drücke ich immer STRG statt SHIFT? Ich verstehe es nicht. Ich weiß es auch nicht. Läuft's. Ich kann halt nicht so schnell bauen, ne? Du konntest ja irgendwie, konntest du igeln? Oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Nicht wirklich. Ich hab nicht viele Steine, ne? Ja, ich komm direkt mit 36. Das sollte reichen. Ja. Was? Wir sind Erster? Oh, Leck. Ja. Ah, ich hänge Wasser fest. Ich hab ein Schwert. Wo ist der? Hab ich ihn gedüttelt? Ich glaub schon. Ja, äh, hau, au. Pass auf. Der hat eine Rüstung. Ja. Wird drauf gehen. Der hat eine Rüstung. Einschlag und ich bin tot. Ich hab ihn getötet. Okay. Hast du Gold? Eins, zwei. Renn, renn nach Hause. Da kommt einer. Renn, beides. Ja. Nicht viel, aber... Ich hab zwei. Hauptsache wir haben Einserbogen. Oh, ich hab nur ein Halbherzen. Hier. Okay. Ich geh nochmal in die Mitte. Alles klar. Ich komm in direkt einen Einserbogen, ne? Ja, 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 ja. Die rechts machen gar nichts. Da ist aber nur einer. Der arme. Ich muss was zu essen kaufen. Ich sterbe gleich. Ach, der hat ein, der hat ein Schwert. Wieso haben die alle schon ein Schwerter? Ich sterbe. Ich sterbe. Nein. Hast du dir schon einen Einserbogen gekauft? Ja. Aber ich brauch noch eine Rüstung. Aha. Der wollte gerade zu uns rüberkommen. Ich hab ihn weggehauen. Sehr schön. Äh. Da. Nochmal. Achtung, kommt einer. Da. Komm da. Ah, ich hab ihn weggehauen. Hui. Oh, Panikattacke, Alter. Ui, ui, ui. Vier Gold. Ich bin tot. Oh, ich hätte mal was zu essen holen sollen. Ich war nämlich quasi kaputt. Da kommt der Nächste. Da kommt der Nächste, ne? Ja, toll. Unser Bett ist nicht zugebracht, oder? Sehr schön. Ich muss mich erstmal ein bisschen einspielen. Alter, was für ein Chaos schon wieder. Ja, war ein waschiger Start von drei Seiten. Hm, ich muss noch mir den Rest der Rüstung kaufen. Aber da kommt jetzt keiner. Guck du doch und ich kauf dir. Moment, ich mach mal eben. Zack, zack, zack. Ja. Und der Taube bräuchte mir noch. Hast du aber auch was zum Nahkampf? Ja, ein Schwert. Gut. Die Frage ist, haben die anderen einen Bogen, ja oder nein? Bestimmt. Die einen können relativ ungehindert in die Mitte und zurück. Hm, dann ist es gefährlich, wenn ich nach vorne laufe, ne? Hast du Steine mit? Ja. Hm, ich werde mir jetzt, das kauf ich. Wow. Oh, ich dachte schon. Wer sind wir nochmal? Kannst du vielleicht unser Bett zubauen ein bisschen? Ja, hatte ich vor. Wer sind wir? Was ist das denn? Überhaupt kein Knockback. Überhaupt nichts. Was ist das? Du hast einen Einserbogen. Ja, aber ein bisschen muss er auch trotzdem sein. Wow, da kommt einer zu uns, glaube ich. Da kommt einer zu uns, glaube ich, hinter mir, oder? Ja. Siehst du, überhaupt nichts. Das ist, glaube ich, bei einem Einserbogen, sehr gut. Oh, blau wurde vernichtet. Puh, Glück gehabt. Nochmal zwei Gold, jetzt hatten wir sechs. Äh, ich muss eben was essen. Blau war wo gegenüber? Natürlich die Frage. Ich habe jetzt aber nur die billigen Steine genommen, ne? Für die teuren, das... Ja, ja. Hätte nicht gereicht. Guck mal, der hat Knockback, siehste? Der hat Knockback. Ich... Glaub's dir. Keine Ahnung. Ist auch egal. Er ist tot. So. Ich werde beschossen. Aber du bist in der Mitte? Ja. Aber über mir ist noch einer. Irgendwo. Ich habe vier Gold. Ich komme mit nach Hause. Ja. Ich glaube, einer springt gleich vom Baum auf unseren Weg. Aua. Ne, noch nicht. Okay, dann hätten wir jetzt schon mal zehn Gold. Ich wäre dafür, wenn, dann holst du direkt einen Dreierbogen. Lohnt jetzt nicht, irgendwie auf einen Zweier zu gehen. Wow, da hat er einen Bogen. Die haben uns beide runtergeschossen. Aber der ist, glaube ich, irgendwo hängen geblieben. Scheiße, schade. Hm. Jetzt ist die Frage. Soll ich eben... Achso, du rennst schon. Okay. Ah, da schießt irgendjemand. Ja. Warum spawnt hier nichts? Da spawnt zum Teil auch im Wasser. Was ist das denn? Ich habe scheiß Antivirus. Mitten im Spiel kriege ich eine Warnung. Weg klicken, weg klicken. Alter, der steht zwei Meter vor mir und trifft mich nicht. Hätte ich jetzt ein Schwert, würde ich ihn fertig machen. Aber du bist ja schon hier. Schaffen wir es. Mit der Hand, mit der Hand, mit der Hand. Runtergeschossen. Nein, 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 nein. Er hat mich auch runtergestoßen. Ich bin irgendwo hängen geblieben. Das Problem war, ich bin nicht über die Blätter gestoßen. Die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen, die kommen. Ich habe ihn. Du hast deine Hände, ja. Ich bin tot. Mit der Hand. So lasst es ihnen nicht das Dings abbauen. Wir müssen immer weg sind. Immer stören, immer stören, immer stören. Ja, der probiert es nicht. Oh Gott, Alter. Wie dämlich. Stirb endlich. Er rennt weg. Ich renne mal hinterher. Der hat, ja ich auch. Der hat eine Stärketrein-Grasse getrennt. Nein. Pass auf, der wird sich jetzt wahrscheinlich über uns bauen. Aber das verschafft uns Zeit, uns ein Schwert oder so zu kaufen. Equip dich. Aua. Ja, ja. Der kommt. Scheiße, der kommt. Ja, die kommen. Equip dich. Schneller. Ja, ich bin dabei. Ich habe jetzt nur ein Schwert gekauft. Oh, oh. Man sieht das nicht. Scheiß Wolken. Pass mal auf. Holt dir auch eins. Ja, ich. Holt dir auch eins. Hä? Wo bist denn du hin? Am Shop? Oh nein. Wir haben nur Hände. Oh Lars, der ist jetzt über uns. Der war auf unserem Dach. Der ist jetzt oben. Ist da ein oberer Eingang? Nee, ne? Nein, ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht. Der steht da oben. Okay, der kommt. Bo, 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 bo. Was? Er ist tot. Was bin ich denn geflogen? Ich habe ihn getötet. Alter. Was zum Teufel war das? Das war sehr gute Arbeit. Oh. Wir haben uns wieder zurückgeworfen, die Würste. Wir könnten uns einen Firebogen kaufen. Ja, ist die Frage. Machen wir das, oder nicht? Das ist die Frage. Wir müssen den Weg abbauen. Ja. Ich equippe mich gerade nur schnell. Ja, ich auch. Ich, äh, war gerade equippt und dann hat der eine Typ mich irgendwie gekillt und danach nur noch Stress. Ja. Ach, immer diese Welt. Warum ist die so stressig? Ja. Das ist eine Spitzhacke. Ja. Sonst würde ich ja wohl nicht hier hochgehen. Wobei. Du gehst hoch. Ich trau mir alles zu. Sehr gute Einstellung. Ah, ich deb. Was hast du gemacht? In der Tua liegt ein Einserschwert. Ich werde beschossen. Ja, habe ich gehört. Der eine baut da oben. Wo? Der ist von der Mitte aus. Ja, ich sehe es. Kannst du ihn mit dem Weg abbauen vielleicht? Ich bin in der Mitte. Oh. Schieß ihn runter. Ich habe keinen Bogen. Warum haust du denn keinen? Du sollst dir auch einen holen. Ja, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Seitlich. Können wir jetzt zurückkommen, Lars? Ich weiß nicht, ob ich es alleine schaffe. Ich habe so viel Gold. Okay, ist da. Ich springe jetzt runter. Das sind zwei. Abfasst du das? Ja. Sehr schön. Dieser feige Pussy. Ja. Echt, ey. Dann hole ich mir jetzt einen Zweierbogen, ne? Ne, hole den Dreier. Ich habe 13 Gold mitgebracht aus der Mitte. Nice. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Der baut noch höher. Diese Rampe. Nein. Das Gold ist beim Dealer. Wo ist das hin? Aua. Ich wurde gehittet von irgendwas. Der ist da wieder oben. Ah, okay. Das Gold ist wieder safe und kurz. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, tot. Sehr gut. Sehr schön. So. Hm. Das sind die von rechts, oder? Aber rechts kann nicht so viel sein. Ich kann mich nicht mit einem Bogen davon. Ich weiß nicht, wer einen hat. Der von links ist ja alleine, wie es scheint. Ja. Die rechts sind zu zweit. Nein, rechts sind zu zweit. Ja, das sage ich ja. Ich glaube, wir sind in die Mitte. Ich hoffe, die haben keinen Bogen. Nein, rechts ist zu alleine. Links ist zu zweit. Wenn in der Mitte. Der Gelbe. Dann bekämpfen die sich von rechts. Dann könnte man nach links laufen. Pass auf. Der eine ist gegenüber. Gegenüber ist der eine von dem Gelb. Ohne was. Hä? Waren rechts hier gerade zwei? Ja, die haben gekämpft. Deswegen ist der eine gestorben. Wow, wie viel Gold liegt hier? Vier. Ich bin gerade verwirrt. Nein, ich bin tot. Er hat mich mit uns. Der hat noch einen Stick kaufen können. Wow, der ist hier. Der ist hier. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ach, der Grüne. Warum kommt der auf einmal? Ich hau ab. Ich muss. Ja. Renn nach Hause. Hä? Wo ist denn der Grüne? Der war gerade im Wasser. Dank dem. Wir haben nochmal 13 Gold. Dank dem konnten wir, konnte ich ihn abwehren. Weil er im Wasser gehangen hat. Was für ein Hänger. Ich sterbe. Ja, ich hatte zwar zwei Gold, aber egal. Puh. Ich weiß nicht, ob ich nach vorne kann. Ich mach's jetzt einfach mal. Bau doch erstmal die ganzen Steine hier weg. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst. Weil die bieten halt immer einen Weg, dass die uns von hinten irgendwie wegsnecken. Das ist so ein kleines Problem. Ich sag ja nur, wenn du nichts zu tun hast. Hast du von oben den Weg? Oder was? Diese ganzen Steine, die hier liegen. Bau dich am besten hier hoch. Wir dürfen die nicht. Bau dich am besten hier hoch und hol erstmal ein paar Steine hier weg. Dann müssen die immer noch neu bauen, wenn sie unbedingt in die Mitte wollen. Ja, aber in der Zeit können die sich Gold holen. Ja, ich hol mir gerade ein Goldschwert. Ausnahmsweise. Hol mir noch die grässliche Rüstung. So. Aber jetzt haben die wahrscheinlich schon einen Bogen. Das ist alles der Grüne. Der ist alleine. Ja, trotzdem hat der wahrscheinlich einen Bogen. Ja, aber weil du im Plural sprichst. Okay, die Gelben kommen zu uns. Nicht? Zu uns. Campen in der Mitte? Ich weiß nicht. Der kommt. Kommt. Der TNT-Scharfe. Fuck. Kann man die irgendwie killen? Nee, ne? Ich weiß nicht. Ich muss ihn sichern. Ich habe einen Bogen. Ich habe keine Steine, um mich hochzubauen. Die scheiß Schafe kommen mit. Was für elende Viecher. Alter, ich kann nichts bauen. Ich kann nichts bauen. Verpisst euch. Okay, es explodiert. Hast du überlebt? Ja, gerade eben. Tot. Das gibt's nicht. Ich bin auch tot. Pussy. Ey, die Gelben sind schon Pussys. Naja, machen wir ja auch. Nein, die sind Pussys. Die Kiste ist auch weg. Mit all unseren Sachen. Ernsthaft? Ja. Wow, das war ein Megaschlag gegen uns. Das muss man zugeben. Von rechts am Bogen. Ja, komm, beschieß mich. Sehr schön, beschieß mich. Dann kann Lars nach Hause laufen. Toll. Warte, ich habe hier noch ein Gold. Damit wir wenigstens einen Zerbogen haben. Der trifft. In die Hand und dann. Ja. Er kommt, er kommt. Ich habe noch mal ein Gold. Ja, ist egal. Ich muss doch. Hast du geworfen? Ja. Dann eben, schade. Wow, danke. Der hat mich in die Welt geschossen, aber ich habe nur ein Gold. Ich hatte sieben. Ach, fuck, ey. Die Gelben sind so blöd. Die Gelben sind zu schlecht, um den Grün. Ja, ein Schuss und ich bin tot bei dem. Mit dem Dreierbogen. Ja. Weißt du, die Gelben, der eine Gelbe hätte den Grünen unbedingt töten müssen, aber dafür war das zu schlecht. Ja. Okay, ich versuche gerade irgendwie den Grünen. Okay, die Gelben bauen jetzt gleich das Bett vom Grünen ab. Okay. Der kommt jetzt zu uns, glaube ich. Ich sterbe gerade ohne Unterbrechung. Ja, der ist nicht, der ist nicht bei uns. Muss aber schnell Essen kaufen und Steine. Hast du irgendwas, was für uns sinnvoll ist? Eine Rüstung und ein Dreierschwert. Also mit drei Dings gekauft. Ich gehe die ganze Zeit auf den Grünen drauf. Es bringt einfach aber nichts. Was machen die Gelben denn? Der ist mal nach vorne, hat den Bogen. Die Gelben sind... Ja, klar. Die Gelben sind bei Grün und bauen das Bett nicht ab? Thema. Oder sind die gestorben? Warte, willst du was haben? Ein Schwert oder so? Hier, warte, ein Schwert. Ich hoffe, kein Wichtiges. Das wird reise Eisen. Zu teuer? Ja, egal. Hier haben wir nichts zu verlieren. Wow. Irgendwer schießt hier. Ja. Eine Kiste ist da rechts, ne? Das ist... Ja, ich kaufe mir gerade nur... Das ist der Anschluss und ich bin überhaupt tot. Regeneriere schneller. Ich habe mir gerade nur mal die billigste Rüstung gekauft. So, ich schütze eben unseren Shop. Er ist nicht auf uns... Oh, er hat mich in unsere Base geschossen. Hat er auch gerade. Deshalb habe ich das eine Gold nach Hause gebracht. Doch wer weiß, wofür uns dieses eine Gold noch wichtig wird. Das ist wohl wahr. Hm, wie machen wir das? Ach, du bist in der Mitte? Ich kriege ihn nicht. Aber der hat nicht mehr viel. Der kann nicht mehr viel haben. Okay. Wenn die gelben jetzt mal irgendwie ein bisschen... Der hat dich doch hinter dir als Schutzschild. Okay, haut ab. Er hat ab. Der haut ab. Dann jetzt holt er uns. Da oben ist scheinbar einer. Ja. Die können jetzt einfach zu uns rüberspringen, ne? Das stimmt. Das ist der Gold, ne? Ich gucke, was ich zusammenkriege. Das Problem ist, der hat halt jetzt gerade so viel Gold gesammelt. Hinter mir kommt einer, glaube ich. Wie viel hast du? Fünf. Gut. Ein Einserbogen schon mal drin. Kaufen? Oder? Ein Einserbogen ist halt... Hast du doch gerade gemerkt. Der hat nicht wirklich was gerissen. Die sind beide oben. Wo ist... Warte. Links muss man abbauen und rechts muss man abbauen, ne? Ja, gegenüber ist egal. Kannst du vielleicht nach links einfach laufen? Ich habe nichts zum abbauen. Ach, schade. Hinter dir ist einer. Ach, schade. Aber wenigstens hat er das Gold nicht bekommen. Sehr gut. Äh. Ach so. Das war eine optische Täuschung. Kommt da einer zu uns. Wieso ist das dann ein Weg? Da oben. 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 Der kommt von oben. Ja, ja, ja. Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Warum sind hier unsere Dings abgebaut? Die Schafe. Ach so. Geh mal weg, geh mal weg. Warte, was ist drin? Na toll. Das ist nicht so fest. Ich baue ihn ab. Das dauert zwar, aber ich baue ihn ab. Ist das eine Spitzhacke? Das geht auch ohne. Das dauert nur sehr lang. Der ist da oben, ne? Ja, ja. Lachst du den im Auge, dann equippe ich mich kurz ein bisschen. Da ist der scheiß Dings. Die Wolke. Und man sieht nichts. Doch, da ist der. Der ist hier unten. Weil ich habe nichts. Ich bringe so eh nicht viel. Der Bogen. Sollen wir? Wir wissen nichts für Gold haben. Aber das bringt doch eh nicht viel. Aber es würde ihn schwächen. Wenn er runterfällt, hat er dann noch weniger Schaden. Wir müssen es. Wenn wir dann verlieren, dann ärgern wir uns. Wir haben nichts zu verlieren. Halten wir eben noch im Auge. Ja, ja. Aber wenn er gleich runterspringt, ne? Ich weiß nicht, ob da noch einer zu Fuß kommt. Ja, ich höre was. Aber ich weiß nicht was. Er hat einen Stock. Du musst essen. Ich hoffe, er ist... Du musst die Chance bis zum Stund aus. Pass auf. Nein, gut. Irgendwo Pfeile. Ja. Alter, hast du einen Bogen? Nee. Ich sehe ihn aber jetzt auch gerade nicht mehr. Ach, da. Doch, doch. Da, da, da. Hier. Der kommt immer näher. Aua. Ich werde von hinten beschossen. Scheiße. Wir brauchen den Bogen. Wir können nicht anders. Ich habe Angst. Und dann, wenn wir dann sterben... Es könnte sein, dass wir uns da dabei ein... Ja, aber wenn wir dann so sterben, dann ärgern wir uns auch. Ja, ich hole. Aber es ist ein Einser, ne? Ja, ja. Egal. Dann machen wir vielleicht den Schaden, den er gerade beim letzten Hit noch so oder so braucht. Alter. Okay, er geht wieder zurück. Ich kann mich hochbauen eigentlich zu ihm. Soll ich? Warte bitte, bis ich hier vom Shop weg bin. Ich habe hier schon mal Steine gekauft. Da gebe ich dir gleich einen Stack. Ich habe Steine. Okay, ich hole mir noch eben eine Billig-Spitzhacke. Ich habe halt Angst, dass einer von vorne jetzt kommt. Was ist er eigentlich für einer? Das ist einer von dem Zweierteam, also von Gelb. Wo ist er denn jetzt? Ist er noch weiter hoch? Ja, der Sneak da. Er hat sich so eine kleine Dings gebaut, wenn ich richtig gesehen habe. Warte, ich baue jetzt hoch. Dann sehen wir, ob er einen Bogen oder so hat. Der hat keinen Bogen. Er hätte doch schon längst geschossen. Aber der hat einen Stick. Der haut dich gleich runter. Genau das. Ja. Du hast ihn? Ja. Ein Hit. Fallschaden von ihm. Achso. Egal. Du hattest den Bogen, das ist schon mal gut. Ich erquiffle mich eben kurz. Die bauen den Weg ab. Ach je. Geh mal hier ein bisschen hoch und schieß dann vielleicht von hier oben oder so. Wobei die wissen. Da ist aber die Wolke, die erkennen uns nicht direkt. Nur schreie, falls einer zu uns kommt und ich hier vom Shop weg kann. Weil schreien darfst du ja nicht, aber flüster dann. Ich flüster schreie. Flüster schreie, das ist gut. Die Wolken sind halt tricky, weil die sich wirklich bewegen. Ja. Ups, so kam ich hier nicht raus. Ich voll forsten. Hä? Achso. Mit dem Bogen einen Stein abbauen oder mit dem Pfeil ist nicht gut. Ich voll... Ach. Okay, der Grüne läuft in die Mitte. Nee, doch. Der Grüne läuft... Wo ist der eine Gelbe? Du solltest eigentlich auch schießen können. Also runterschießen. Ich laufe gleich auch in die Mitte. Mal gucken, was ich hier reiche. Fuck, da sind ganz viele Schafe. Wo? Die haben mich verfolgt. Aber das waren Grüne. Die Schafe können, glaube ich, nicht über Dings laufen, ne? Hast du Steine, wenn du runterfällst und zurück musst? Warte. Der Grüne lebt noch. Die beiden... Der Grüne scheint in der Base zu sein, ja. Okay. War unser Weg. Scheiße. Ich bau ihn schnell. Ich hoffe, ich werde nicht runtergeschossen. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Wow, das war knapp. Geh nach rechts. Nach rechts? Wohin nach rechts? Ja, nach rechts das Bett abbauen. Ist da keiner? Nein. Der hat doch gerade das andere Bett abgebaut. Achso. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Aber wo ist der... Es gibt noch irgendwo... Nee, es gibt keiner mehr. Es ist nur noch der Grüne. Was ist das denn? Falle. Falle, ich sehe nichts. Ich bin langsam. Egal. Dieser Drogentrips kenne ich ganz gut. Was? Was war das denn? Wie viele Dings hat... Was der hier alles gebaut hat? Oh mein Gott. Das wird dauernd... Ich sehe nichts. Der hat ganz viele Schafe. Ich sehe nichts. Halt durch, Lars. Ich habe das gleich. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Beeil dich. Alter. Ich habe es. Ich bin tot. Mit dem Bogen. Wo ist der? In der Mitte. In der Mitte. Okay, der schießt mich jetzt. Der beschießt mich jetzt. Der hat nicht getroffen. Für Schottland. Ich hänge im Wasser fest. Und der hat mich runtergekickt. Egal. Die haben ein Bett. Er hat keins. Er kann nicht riskieren. Naja. Aber er hat... Er hat einen Bogen. Er kauft uns das. Oh, das Fremdchen ist jetzt hier voll. Einfach hinter der Mauer verstecken und warten. Der baut sich hoch. Oh, fuck, 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 fuck. Was hätte ich denn? Schnell equippen, schnell equippen, schnell equippen. Wir müssen eigentlich nur runtergehen. Bin tot. Bin tot. Wie das? Bin instant down. Ich kann gar nicht mehr wieder... Ach so. Jetzt trinkt der auch noch was. Stärker dran, Stärker dran, Stärker dran. Egal. Immer schon stören, immer schon stören, immer stören, immer stören. Irgendwann wird es draufgehen. Richtig. Wie lange soll das denn dauern? Ja, scheiße. Ist tot. Renn, renn weg, renn weg. Nein, ich gebe nicht auf. Ich kann nicht wegrennen. Na, tot. Geh, geh. Schade. Der war alleine. Der war die ganze Zeit alleine. Aber er hat auch die anderen fertig gemacht. Ja, das Problem war, dass die Gelben sich gegen uns irgendwie gewendet haben. Tja. Naja. Na ja. Verzeih es. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Jo, bis dann. Tja. 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 Vielen Dank.